Würdest du aus deiner Perspektive mal eben erklären, was ist denn, wenn du sagst, es hat eine Bedeutung, gibt es Dinge, wo man sagt, dafür steht rechts und links und wird es immer stehen? Oder kann man das eben nicht mehr sagen? Die Frage ist ja, ob sich es dann auch mal wieder anders nennt. Das ist doch die Geschichte. Also das ist ja einfach Naming und Framing und Labeling und du kannst die Labels verändern und das ist ja alles, darum geht es ja überhaupt nicht. Ich denke, worum es geht, ist grundsätzlich, hast du einen elitären Anspruch, willst du von oben nach unten durchziehen. Ja, das wäre dann rechts. Oder von unten nach oben. Und mal vielleicht zurückzugehen nochmal zum Ersten Weltkrieg. Der Hitler selber ist ja zum ersten Mal auf der politischen Bühne aufgeschlagen als Spitzel der Reichswehr gegen die Münchner Räterepublik. Ja, Hitler war ja so kriegsbegeistert und gesagt, es war also der stolzeste Tag meines Lebens und ist dann da also auch in den Krieg begeistert eingezogen. Und als der Krieg dann verloren gegangen ist, das hat er gar nicht fassen können und schreibt in meinem Kampf tatsächlich, in diesen Nächten wuchs mir der Hass. Ja, so. Und da wurde er erst als Spitzel eingesetzt und die Reichswehr hat ihn rhetorisch ausgebildet auch. Und nach einer besonders beeindruckenden Hass-Tirade gegen Juden hat man gesagt, der Mann ist saugut und die schicken den in die DAP, Deutsche Arbeiterpartei. Und Hitler übernimmt diese DAP, baut daraus die NS-DAP. Und es gibt zum Beispiel die Thule-Gesellschaft, da ist dann Rudolf Hester und Himmler und Harrer und so Leute mit drin. Und die haben eine Zeitung und die heißt Beobachter und die Reichswehr spendiert Hitler 60.000 Reichsmark, um diese Zeitung der schon faschistischen Thule-Gesellschaft zu kaufen als Parteizeitung und das wird der völkische Beobachter. Also dazu auch, wenn die Petri sagt, man muss das Wort völkisch wieder irgendwie positiv besetzen. Die Nazi-Zeitung hieß völkischer Beobachter, das brauche ich überhaupt nicht positiv besetzen. Egal jetzt, aber. Und die SPD, das habe ich vorher angerissen, wirft die Revolution nieder. Sie verbündet sich mit der alten Macht, ja, 1918, 1919, wirft, da werden 30.000 Arbeiter ermordet. Das muss ich mir vorstellen, die gehen kriegsmäßig, hier in Berlin, kriegsmäßig gegen Arbeiter vor. Und diese Truppen, die die Revolution 1918, 1919 niederschlagen, die haben als erste das Hakenkreuz zum Teil schon auf dem Helm. Und insofern mir geht es jetzt weniger darum, wie man das labelt und nennt und so weiter, sondern es ist am Ende so, die Frage ist, willst du, dass die Leute ermächtigt werden von unten? Und diese Kruste da oben abgesprengt wird und wir wirklich Formen gleichen Austauschs haben, es geht ja nicht darum, alles gleich zu machen. Ja, oder willst du solche Leute abschlachten?